Neun YouTuber Eigenschaften. Keine Ahnung wie vielen sie konnten in WeLife. Der Hacker. Ja, ich hab ihn endlich gehackt. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wie German Let's Play in echt aussieht. Der Gamer. Dieses Spiel ist so geil. Ja, endlich hab ich den Victory Roller an mir geschnappt. Nice. Der Wahrsager. Magische Kugeln mit dem Schritt. Teile uns die Wahrheit mit. Hallo Kali Kolumbus, alle deine Skills. In PvP sind nicht von dir, sondern von einer anderen Person, die das für dich aufgenommen hat, dass du cool rüberkommst, oh lol. Das ist eine Lüge. Der Vorher-Nachher-Typ. Hallo, ich möchte euch heute eine Geschichte über mich erzählen. Das war ich vor meiner Operation. Und so sehe ich jetzt aus. Endlich sehe ich so aus, wie ich schon immer aussehen wollte. Der Over-Action Face-Camera. Oh, oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Halt's auf! 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 Was? Der Red Squid Face-Camera. Der YouTuber, der sein neues Haus zeigt. Buja, Kascha! Ey Leute, ich bin's wieder, euer Junge4. Heute mit einem neuen Wit-Wit-Video. Dab-Nation, ihr wisst Bescheid. Und wir sind hier gerade in meinem neuen Haus, die Dab-Villa. Checkt das aus. Oh, fokussier. Okay, checkt das aus. Ist das geil? Ach du Scheiße, das habe ich alles nur euch zu verdanken, meiner Dab-Army. Wirklich, danke von ganzem Herzen. Ihr ermöglicht mir das, mein Traumleben. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao. Der YouTuber, der eine Roomtour macht. Boom! Buja, Kascha! Ich bin's wieder, euer Junge4 mit einem neuen Wit-Wit-Wit-Video. Auf jeden Fall, wir sind hier in meiner Wohnung drin. Checkt das aus, das ist die Küche. Und das hier ist die Garage mit dem Dab-Mobil. Checkt das aus. Ach du Scheiße, ist das geil, oder? 0 auf 100 in nur 4 Sekunden. Das Ding ist eine absolute Maschine. Richtig geil. Und boom! Hier sind wir in der Gaming-Ecke. Checkt das Gerät aus. Ach du Scheiße, ist das geil, oder? Ey, ich leb das Leben. Euer Junge4. Peace out, Dab. Der YouTuber, der seinen neuen Merch präsentiert. Boom! Yo, Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Dab-Aruni von den Dab-Tastics. Junge4 am Start. DabNation ist die stärkste Army auf YouTube. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall habe ich heute wieder neue News für euch. Und zwar gibt es neuen Merch im Dab-Tastic-Store. Checkt das aus. Geil, oder? Ach du Scheiße, das habe ich selber designt. Höchstpersönlich. Ich weiß, 400 Euro für ein Kleidungsstück klingt ein bisschen viel. Aber ich habe mir wirklich extrem viel Mühe gegeben. Also checkt den Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao. 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 Ciao.